So, 3, 2, 1, willkommen zurück bei Portal 2. Ähm, keine Zusammenfassung. Bei Portal 1 vor ein paar Monaten hatten wir Kladdus besiegt. Die haben wir jetzt dummerweise... ...wiederbelebt. Ähm, Moment. Und wir hatten einen kleinen Freund gehabt. So, der hat ein bisschen Scheiße gebaut. Aber er lebt noch. Und Kladdus... ...lebt jetzt dummerweise auch wieder. So. Ähm, Scheiße, Scheiße, Scheiße. Und der kleine Kumpel will im Grunde jetzt mit uns zusammen hier fliehen. So. So. Und dann... So. Ja, Portal entsetzen. Na. So. 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 Das soll doch jetzt passen. Das Pfand. Höhe, ja. Ja. Sehr gut. Du warst sogar so gut, dass ich das als Mob in deiner Akte eintragen werde. So viel Platz hier. Ja. Sie war gut. Genug. Gut genug. Kladders. Mob mich nicht. Ich bin doch auch immer ganz freundlich zu dir. So. 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 Hopp. Zeig mir lieber das Reh, was du gesehen hast. Lüg nach innen. Was ist denn, glaube ich, im Kapitel 2? Zum nächsten Test gehören Geschütztürme. Erinnerst du dich? Diese blassen, rundlichen Geschöpfe voller Kugeln. Ja. Oh, warte. Das bist du in 5 Sekunden. Ey. Kladders. Was? Immer freundlich bleiben. Und Kampfer 13 von 22. Komm. Oh. Ich hasse dich nicht. Danke. Ich hasse dich auch nicht. Blau. Gelb. Oh. Oh. So. Ein bisschen tot. Ja. Der nächste. Oh. Oh. Aus Chevrolet. Oh. Wupp. Haha. Ausgeträgst. Oh. Schwach. Was war das? Ah ok easy Nein Oder Doch Umgeschossen Zack Da la 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 Eine Menge Wurz Wurz Blau Wieder einer weg Oh, ihr gebt No Gebt Gebt Oh Ich bin zwei hier So Hatsch Oh, hinter dir Bitte lass mich runter So Läuft So und Hopp Du bist tot Du bist tot Und die Kamera nehmen wir auch noch mit Noch eine Kamera Kamera hier Nein Ähm Kladus Hier fehlt der Weg Na gut Tag 2 1 Hopp Au Au Er leuchtet Kladus Wo bin ich hier Wo bin ich hier Hm 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 Oh 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 Irgendwie falsch, oder? Oh Das ist ja Ausgang Ich bin doch viel zu tief in der Erde drin Um Um konstante Testzyklen zu gewährleisten Simuliere ich auch nachts Tageslicht Und menge der Sauerstoffzufuhr Adrenalin bei So verlierst du dein Zeitgefühl Gestern war übrigens dein Geburtstag Oh danke Das interessiert dich vielleicht Ja Wie alt war ich denn? Also wie alt bin ich geworden? Was zur Hölle? Oh 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 so Easy So Oh Alles hier Du erinnerst dich, dass ich ewig lebe und du in 60 Jahren tot bist Ich habe ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk für dich Hm, eher einen medizinischen Geburtstagseingriff Also technisch gesehen ist es ein medizinisches Experiment Wichtig ist, dass es ein Geschenk ist Und was ist das Geschenk? Kratos Ich will mein Geschenk haben Ein Kuchen Hm Hm Bitte sag mir es gibt Torte Hm 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 Na gut Nächste Ebene Jae king pra Da La 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 sol sieht. Aber was weiß ein kauziger alter Techniker schon von Mode? Er war vielleicht, warte, eine Frau. Trotzdem. Oh, hier steht, sie hat einen Doktor. Im Mode. Aus Frankreich. Oh je. Kratos, du kleines Arschloch. Jetzt werde ich abgeknallt. Wo, 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 wo. Schön weit oben. Da bist du. Ah. So. Hallo. Oh. Ah, sehr, sehr gefährlich, Leute. Oh, oh, oh. So. So. Mist, Mist, Mist. Gelb. Verdammt. 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 Aua. Mist. Mist, 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 Mist. Mist. Mist, Mist, Mist. Mist, Mist. Gut, 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 gut. Gelb. Blau. So. Oh, blow. Pum. Oh. Du, heilige. Du, heilige Schlaf. Hallo. Äh, he, he. Ihr kleinen Monster hier. Blau, blau, blau. Oh, oh, oh. Okay, noch höher. Pam. Warum geht das nun nicht? Wenn dann die Dings zerfu... ...aktiviert. Wir können sicherlich... ...aktivieren. So, so, so. Noch jemand noch mehr? Schlaflo ist aktiviert. Es ist doch jemand aktiviert. Fahrlo ist aktiviert. Fahrlo ist aktiviert. Fahrlo ist aktiviert. Ah, du hast Familie... Ich hasse dich nicht. Ich hasse dich nicht. Oh, 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 oh. Ja, ich verzeihe dir. Ach so. Was ich sagen? Ich mach mal hier. So. Hohoho Jetzt Kann ich ihm Schnell rein So Ich hau mal nach oben Aoooo Ab mit dir Geht doch So das war jetzt Kammer 15 Glaublich Im Hyperschlaf durch Ich habe zwei mit deinem Nachnamen gefunden Einen Mann und eine Frau Wie klein die Welt doch ist Mami und Papi 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 Schicke neue Die zwei mit Arsch Gute Nacht Mami und Papi Gute Nacht Gute Nacht Gute Nacht Gute Nacht So, rollen Plack, plack, plack Oh, sehr schön Ich brauch nen Würfel Zwei Würfel Perfekt Gut Gut Let's gehen wir mal fix Hop, hop, hop Nichts weiter Ich habe heute Geburtstag 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 Gippie Danke Klados Das war schön Ich weiß nicht wofür der Preis war Ebenfalls nicht für Immunität gegen Nervengift Alles klar So, ich mach mal wieder ein Folgenende Ich sag tschüss und ciao, bis zum nächsten Mal